Hallo und Willkommen auf meinem Kanal FPW der Privatsparer. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Tool Folie Share, dem Portfolio Management Tool für Aktien und ETFs, eine Watchlist anlegen und verwalten kannst. Den Link zu dem Tool Folie Share findest du unten in der Videobeschreibung. Nachdem du dich eingeloggt hast, findest du unter dem Menüpunkt Meilen Depots den Menüpunkt Watchlists. Hier kannst du nun eine neue Watchlist anlegen, indem du auf den Button Neue Watchlist klickst. Der Watchlist vergibst du dann einen von dir gewünschten individuellen Namen. Und mit der Checkbox Watchlist veröffentlichen kannst du definieren, ob deine Watchlist auch für andere Nutzer öffentlich einsehbar ist. Um nun Aktien oder ETFs deiner Watchlist hinzuzufügen, klickst du einfach auf den Button Eintrag hinzufügen. Hier kannst du nun nach dem Wertpapier suchen, indem du entweder den Namen oder das Ticker-Symbol eingibst. Die werden dann die verschiedenen Werte vorgeschlagen, die du dann auswählen kannst. Solltest du dein Wertpapier nicht finden, kannst du einfach auf Kein passendes Wertpapier gefunden klicken und dein persönliches Wertpapier erstellen. Ich wähle hier in dem Beispiel FISA in der Währung US-Dollar aus. Als nächstes möchte ich Cisco hinzufügen, klicke also auf Eintrag hinzufügen. Gebe ein Cisco und wähle entsprechend Cisco aus der Vorschlagsliste aus. In der Watchlist Liste, den Einträgen, kann ich dann auf die jeweilige Zeile klicken, auf den Namen, wie zum Beispiel bei FISA. Und sehe dann weitere Details zu der Aktie, wie zum Beispiel hier oben links die Marktkapitalisierung, die Branche, einen Link zu der Webseite, finde eine Grafik mit dem Verlauf des Aktienkurses und fundamentale Daten wie Gewinn und Umsatz, Gewinn Cashflow, Umsatzmargen, eine Gewinn-Verlustübersicht. Und sofern vorhanden, die letzten Quartalsergebnisse. Ich kann mir auch mehrere Watchlists anlegen. Um eine weitere Watchlist anzulegen, klicke ich wiederum einfach auf den Button Neue Watchlist. Vergebe diesen einen Namen. Klicke auf Watchlist hinzufügen. In dem Dropdown oben links kann ich dann meine Watchlist auswählen. Und mit Klick auf den Button Eintrag hinzufügen, kann ich zu meiner soeben neu angelegten Watchlist-Test auch hier Werte für den gleichen Weg wie vorhin hinzufügen. So, da ich dann verschiedene Watchlists mit verschiedenen Werten habe. Dann zeige ich euch ein Beispiel, wenn ein Wertpapier noch nicht in der Auswahl vorhanden ist. Ich klicke auf Eintrag hinzufügen. Wähle die Watchlist aus, zu der ich einen Eintrag hinzufügen will, wie hier zum Beispiel Test. Und gehe bei der Achsenauswahl das Ticker-Symbol PDRR ein für Proterra Inc. Du siehst hier, es wurde nicht in der Liste gefunden. Dementsprechend klicke ich hier auf Kein passendes Wertpapier gefunden. Persönisches Wertpapier erstellen. Es öffnet sich dann ein neues Fenster. Und hier kannst du oben rechts klicken auf Wertpapier anlegen. Gibst hier die Easing oder den Aktiennamen ein. Im Beispiel von Proterra ist die Easing diese hier. Klicke auf Suchen. Und damit wird das Wertpapier in die Datenbank hinzugefügt. Historische Kurs- und Bilanzdaten werden laut Entwickler automatisch innerhalb von 24 Stunden ergänzt. Wenn du das Tool Foli-Share ausruhen möchtest, klicke einfach unten in den Link in der Videobeschreibung. Hat dir das Video gefallen, lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Jeden Sonntag kommt ein neues Video.